Mit dem Wetter haben wir heute auch schon wieder ganz schönes Pech gehabt. Der Winter letztes Jahr hat wieder richtig super angefangen. Es war kein Schnee bis 31. Dezember. Wir haben dann unsere Bikes rausgeholgt. Die anderen sind Windsurfen gegangen. Wir haben dann innerhalb von 12 Stunden entschieden, nach Japan abzuhauen, weil wir einfach die Schnauze voll gehabt haben. Um Jahrhundertwinter in Europa oder in den Alpen. Wir sind nicht wunderschön. Bis zum nächsten Mal. I can't live like this So don't let this be my urges La 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 la